Ich glaub hier muss ich gleichzeitig Ich bin mir nicht sicher Nein muss ich nicht Okay Dann kann ich den ruhig töten Psst Oh schöne Musik Da wird mir ja so richtig nostalgisch Ah Spiel speichern Was 10% Ich will gar nicht wissen wie es dann am Ende wird Bestimmt 1%, 2%, 5%, 7%, 8%, 10% Gott Auf jeden Fall Vorador sagte Hier lauert ein anderer Vampir Der uns eventuell beobachtet Wunderbar Hatten wir den Kopf So Nein, 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 nein Huh Hatten wir den Kopf So Jetzt aber Ui, ui, ui Das war knapp Ach ja Übrigens war heute Montag Ich komm endlich einmal zum Aufnehmen Ja, heute ist Montag Und ihr wisst genau welcher Tag Genau Es ist der Tag der deutschen Einheit Ich lass mal besser den Adolf jetzt Weil ich will hier niemanden auf den braunen Schlips treten Ich weiß nicht wer alles hier meine Let's Plays guckt Ob es hier ein paar Leute gibt Die hier ein bisschen Da Die sich hier gern unter das braune Volk mischen Also unter dem Dixi-Klo Ich weiß es nicht Ach, noch einer Na, komm Ach, herrlich Ach, Mensch Noch ein paar Kisten Und wir kriegen ein Level ab Will ich mal nur so anmerken Was war hier? Muss ich ja alle Das weiß ich jetzt gerade nicht Ich weh das doch nicht Ah, doch So Und das tut bestimmt Nein, tut nicht weh Gut So Dann mal hier hoch Kleiner Geräusche Mach Na, los Schwing deine vampirischen Haxen Hier hoch Du Ah So Wohin muss ich denn jetzt? Ach, dort Hm Hm Muss ich mit der Kiste hier jetzt rein? Wow, 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 wow Ach, Mensch, so werden die Glyphen hergestellt Oh Oh So Ha Wissen Ist Macht Uiuiuiuiui, da hab ich ja nochmal Glück gehabt. Und hier geht es... Oh Gott, ich will es gar nicht austesten. Ob ich da runter kann. Gibt es hier sonst... Cutscene. Hast du sowas schon mal gesehen? Nichts anfassen. Angeblich ist es magisch und gefährlich. Ah, das sagen sie doch immer. Die Arbeiter schleppen die den ganzen Tag herum. Was soll denn schon groß passieren? So ein Idiot. Ja, erstmal hier den Staub. So. Wir sind gestärkt. Wir... Oh Gott, Wasser. Weg hier. Gammelflösch zum Sonderangebot. Kaufe zwei. Erhalte drei. Eingang zum Preis von vier. Nein! Ach. Hey! Jetzt weiß ich, warum ich hier immer früher oft gestorben bin. Nein! 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 Ich hasse diese... Vor allem, was waren das für Gegner, die... Ich muss gerade überlegen, welchen Namen die nochmal hatten. Oh, wie mich das schon ankotzt. So. Du darfst sterben. Ich sagte, du darfst... Ja, genau! Wehe, ich sterbe hier noch einmal. So ein blöder Penner. Das regt mich jetzt schon... Ne, komm, das mach ich jetzt schon so. Das regt mich schon wieder auf. Da blockt man ab und... Schlägt zu und... Er macht einfach hier, obwohl ich ihn getroffen hab, macht das so'n Scheiß. Gibt's doch recht nicht hier. Mensch! Ja, und für PC, wollte ich auch noch anwenden, gibt es einen Cheat. Nur einen einzigen bei Blood Omen 2, aber den werde ich nicht anwenden. Was man dafür bekommt... Man kriegt Rüstung aus Blood Omen 1 und dem Soul Reaver. Na, geh doch. Gib mir deine Waffe. Und dein Blut. So, wo ist die... Da. Ich wollte gerade zu uns sagen, wo ist die andere Fotze? Nein, du bist erledigt. Ich glaub, ich sollte mal öfter zur Technik-Raserei zugreifen. Trotzdem, wie mich das ankotzt! Vor allem, wie die nicht getroffen werden. Okay, ganz ruhig. Nicht aufregen. Schön professionell bleiben. Ey, lass mich rein! Huh, Glüfenkain! Bin ich jetzt auch gestärkt? Okay, man kann da auch sterben. Als ob man die Schwierigkeit nicht einstellen könnte. Nein! Es gibt ja nur... Es gibt ja nur normal. Und natürlich den Malkav-Mode. Der Malkav-Mode geht folgendermaßen. Macht das Spiel so schwer wie möglich. Oder stelle ich so dämlich an wie möglich. Dass es dir schwer vorkommt. Aber Hund! Der Malkav-Mode geht's nicht so schwer. Aber Herr весь kann es uns quot Splitieren sich mit solchen Hesse dahin zerchen. Sehr gut无纳ão. Denn dann noch etwas neutres für mich. Stirb. Oh, das regt mich jetzt schon wieder auf. Viel zu viel Blut verloren. Warum? Oh! Stirb. Ich könnte brechen. Vor Freude. Regenbogen. Im hohen Bogen. Oder ganz entspannt über die Schüssel hängen und nach Ulf rufen. Mann, 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 Mann. Los, öffnen. So, ich hoffe, dass ich es jetzt etwas besser überlebe. Ansonsten kriege ich echt noch einen Coiler. Weil ich wusste nämlich noch von früher, da bin ich auch immer, immer, immer das allererste Mal, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich bin nie... Ja, okay, bei einem Bosskämpf bin ich oft gestorben, bis ich den Dreh raus hatte. Mittlerweile ist das ja kein Problem mehr. Weil ich weiß, wie jeder Boss geht. Aber ansonsten immer im Industriefviertel, immer dort. Schon gleich am Anfang, bei den... Bei der Anhöhung, da bin ich verreckt. Und jetzt hier auch noch. Ah, komm, 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 Glüphen, kein. Bringt eh nix. Obwohl, vielleicht werden wir resistent gegen Glüphen. Ja. Drei kriegen wir noch. Ein grünes, ein rot und zwei rote. So. Nein, die smacke ich hier nicht runter. Katzin, die wir kennen. Gammelfleisch im Sonnangebot. Nein, kann ich nicht abbrechen. Hast du sowas schon mal gesehen? Nicht anfassen. Angeblich ist es magisch und gefährlich. Das sagen sie doch immer. Die Arbeiter schleppen die den ganzen Tag herum. Was soll denn schon groß pass... Was, das grüne oder das rote Kabel? Das rote. BAM.